Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokemon Karmazin. Ich will mich jetzt erstmal aufmachen, ein Evoli zu finden. Ich hoffe, mir gelingt das. Aber ich habe noch so meine Zweifel. Aber zum Glück gibt es ja schöne Sandwiches. Oh, unhaffnig. Äh, nicht unhaffnig. FM. Versuch für es. FM. FM ist eigentlich ein geiles Pokemon. Und vor allem Drache Flug. Ich möchte es gerne im Team haben. Aber so gut möchte ich auch ein Evoli hier haben. So, tu bist das nächste. So gut klappt es nicht bei jedem. Es wird geschlecht. Ach, scheiße, die habe ich ja schon. Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Okay, dann interessiert es mich auch nicht. Da gehst du einmal in die Spitze. Ein Blunk. Erster Ballversuch. Naja, und du bist auch noch ein Männliches. Aber es ist nicht fertig. Jetzt aber... Da laupten noch mehr mit uns rum. Leider brauche ich die weibliche Form von dir. Leider brauche ich die weibliche Form von dir. Haben wir noch mehr Malons? Kamala, das ist nicht so was zu tun. Aber erst mal... Jetzt reicht es ja wohl. Ja, Kamala, du bist auch dran. Ja, komm, ich bin mal. Ach, du willst nicht. Na gut, wenn du in diesem Ball nicht möchtest. Wie wäre es dann mit einem... Superball. Okay, den Superball möchtest du auch nicht. Kann ich leider nicht noch mehr schwenken, weil ich mich anders down kriege dann. Wie wäre es mit einem Superball? Gefällt der dir mehr? Okay, der gefällt dir auch nicht. Wie wäre es denn mit einem Premierball? Der ist schön weiß. Siehste, der gefällt dir. Na, haben wir es doch. Warum nicht gleich so? Gut, dann haben wir auch kaum Allard. Hm. FM, was hier rumfliegt. Steinknochen. Da würde ich von dort oben leicht hinkommen. Aber dazu müsste ich erstmal hochklippeln können. Kaum Allard. Jetzt hat der Kummerend. FM. Okay, westliche Zone 3. Hier soll es dann also ewig gehen. Ähm, Mist, klar. Der Artikel ist... Alter, wirklich. Du willst dich wirklich mit mir anlegen? Ich sehe da hinten, ist doppelt die Cut. Nee, komm, 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 komm. Das lasse ich mir jetzt nicht auf uns sitzen. Dieses Vieh hat mich herausgefolgt. Es kriegt den Krieg. Ich sehe da hinten. Die ist versucht nicht gesehen zu werden. Okay, Zeit für ein Picknick. Ja, ich kann das Picknick machen, nur weil ich auf Koraygon sitze. Das ist so typisch. Das teamst ja schon ordentlich aus. Und er kann lieb nicht. Wie sieht's mit Bullion aus? Ja, spielt man mit dem Ball. Pick in den Korb. Der Kopf ist leer. Ja, nee, das hätte ich jetzt aber auch nicht. Man kann sogar gestalten. Interessant. Mehr habe ich davon nicht. Sehen, ob ich es noch hinkriege. Ja. So, noch die Gürkchen. Ganz wichtig, diese Gürkchen. Jetzt muss ich noch eine bessere Gürkchen. Ja. Und zick. Die Gürkchen. Nein. Ja. 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 Der Gegens-Kraft-Domaten, Level 1, genau das, was ich wollte. Ja klar, je länger die da drunter sind, desto höher werden bestimmt auch die Dings, aber das tut man nicht alles für einen Evoli. Allerdings habe ich hier oben Flamara. Tropius ist also auch hier drinnen. Ein paar Mauzis, alles was so normal hat. Nö, ich will dich nicht. Ich will dich auch nicht. Hallo Morgelbau. Oh, ein Groof. Ey, hopp. Ja, wo könnte denn das kleine süße Evoli sein? Oh, da ist das große Meer. Tapio. Evoli. Das Rosi ist wirklich zufrieden. Ich muss versuchen, Felinara zu kriegen. Eigentlich wollte ich ja einen Nachterra haben, aber... Das ist halt Evoli taucht total selten auf. Das ist ja fast einfacher, sich an Evoli zu ertauschen. Damit habe ich definitiv mehr Erfolg, als dass ich jetzt hier nach Evoli suche. Ich bin ein Nachterrager. Ich bin ein Nachterrager. Ich bin ein Nachterrager. hm sonst muss ich noch mal ein Fiesnaga ziehen Na wenigstens seid ihr hier. Mies Anfall. Das sieht aber so komisch aus. Krass. Das ist einfach fast unmöglich. Krass. 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 Das ist auch gut zu sehen, dann. Das soll zu... Was ist das? Oh, das wäre ein Hintziger. Ich nehme es auch noch mit. Ich nehme es auch noch mit. Ich nehme es auch noch mit. Oh, ein Altaria. Warte mal, willst du mir sagen, dass ich... Warte mal, willst du mir sagen, dass ich... Nee. Das kann nicht sein. Bestige Zone 1. Ach ja. Na gut, wenn ich es hier jetzt nicht finden sollte... Dann gehe ich einfach... ... zur Akademie und belege noch ein paar Kurse. Ey, hopp. So ein Aufwecker. Das haben wir noch hier. Das nehme ich auch mit. Ja. Allerdings keinen Hund. Kein Plan. Ich glaube, ich könnte hier noch stundenlang... ... versuchen eben... ... zu filmen. Nein, komm. Nee, los nicht. Wenn ich es finde, dann stimme ich sofort drauf los, ne. Aber... ... aber... ... Augenweise Mausies... ... ist klarer. Okay. A Shopping Mall. Ich muss hier wo reingehen. Ich muss hier wo reingehen. Das ist jetzt so... Wie ist denn hier dann? ... Du scheinst ne weibliche Form zu sein. Du scheinst ne weibliche Form zu sein. Ich nehme mich mal mit. Ich nehme mich mal mit. Verschlossen. Verschlossen. Welche Runde lieber noch ein bisschen hier in den Rest der Folge. Hier sind wir an. Zwei leuchtende Sachen hier. Zwei leuchtende Sachen hier. ... Ey, Alter, wirklich? Willst du mich veralben? Nein. Wir gucken, was in den anderen drin ist. Meine Güte. Ach. Oh. Oh. Tschüss. Ja. Ne. Psycho. Psycho. Ja, du bist ja ein herausragendes Exemplar. Stimmt, ich kann dich ja noch gar nicht fangen. Aber jetzt kann ich dich fangen. Warte mal, gib mir mal deinen Bericht. Da! Auch noch die versteckte Fähigkeit. Es hat auch noch die gleich versteckte Fähigkeit. Geht zwar jetzt mal in die Box, aber trotzdem. Es ist kein Evoli, aber immerhin. Es ist kein Evoli, aber immerhin. Genau. Ich würde mich über ein Evoli sehr freuen. Nochmal so. Oh, leider habe ich nicht so ein Glück. Okay. Einmal runter. Den nehme ich mit. Oh, da haben wir uns schon her. Aber ich habe schon... Wobei... Hier geblieben. Ohne den normalen Stein kriege ich... Und er hätte ihn sowieso nicht entwickelt. Und jetzt was, Herr Tüse. Oh, aber die Folge ist eigentlich schon vorbei, glaube ich. Ohne. 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 Sehr gut. Wir versuchen, Schanera noch zu fangen. Das ist ganz auf die Art Tour Chanel dann, ne? Okay. Okay. Das hat dir sehr viel gebracht. Ich will es aber nicht umbringen. Es gibt nur Schwächen. So, so sehe ich, dass es mit dem Ball drinnen bleibt. Ohne. Und ich tut noch ein bisschen. Wer ist denn jetzt drinne? Schanera. Na gut, dann noch einmal Schwächen. Geht's aber. Geht's doch nicht. Siehst du, ist auch die Schanera, ne? Warum ist denn letztlich damit nur selbe? Wo ist denn gleich der Noh? Oh, mich heilt der sogar. Oh, der ist sogar mit einem Hyperball ausbricht, ne? Oh, komm schon Komm jetzt In den Ball mit dir Geh doch Gut, dann brauche ich bloß noch mal zu Hypera entwickeln Okay Dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Ja, das ist bloß Koali Und in der nächsten Folge werden wir dann auch mal zurück in die Akademie gehen, ein paar Kurse belegen Das will ich unbedingt Und hier war ich ja schon Und vor allem will ich mal gucken, ob ich vielleicht Doch noch ein Fili Nara zu finden bekomme Egal Nichtsdestotrotz Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Glaubchen nach oben da lassen Auch gerne einen netten Kommentar Würde mich riesig darüber freuen Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet Und euch die Videos gefallen Könnt ihr mich gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen Das tut nicht weh, kostet nichts Vergesst dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren Damit ihr auch nichts mehr verpasst Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Beziehungsweise wunderschönen Abend Und bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao